Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Eigenglob stinkt. Baaah, vielleicht hoch. Ja, das ist doch perfekt. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Na perfekt, sag ich doch. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals. Vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Oh. Gar nicht mal so wild, aber was weg ist, ist weg. Perfektestens. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Das hoffe ich auch. Jut, jut, jut. Weiter geht's bei Hitmacht mit. Genau, Poppy hat uns. Weiters Verstecker, ein seltener Vogel. Ne, wir machen erstmal hiermit weiter. Und da können wir... ...infliegen. Sorry. Sobald wir... ...irgendwie aus... ...Hogsmeet rauskommen. Ich finde schon eine Lösung. Äh, bitte was? Äh, hallo, Gano? Äh, hallo. Stimmt etwas nicht? Äh, und ob. Mein liebes Mondkalb, Biskuit, wurde von Wilderern im Norden entführt. Äh. Teuflische Unheude. Ich wollte mich lehren. Doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mr. Äh, Ganoff. Bloß, Ganoff. Ich bin nur ein einzelner Kobold. Nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande, elender Wilderer. Oh, meine arme Biskuit. Ich kann nur hoffen. Ja, ja, das kennen wir. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Ganoff. Danke. Ja. Wenn Sie... Ich habe den Mondkalb verloren und hat jetzt Angst, dass Wilderer damit abdauen könnten. Aber, wie gesagt, die... Ich sollte versuchen, Ganoffs Mondkalb zu retten. Hatten wir doch schon. Nein, wir werden nicht Ganoffs Mondkalb finden. Ah. Ende der Diskussion. Hier sagt noch immer ich, was passiert. Ah. Ah. Und, weiter geht's. Und... Raus aus der Flugverbotszone. Ja, ja. Ihr könnt kämpfen, mit wem auch immer ihr wollt. Ha, 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 ha. Ich hau erst mal ab. Denn Höppchen wartet auf uns. Hoffe ich. Und zwar hier irgendwo. Guten Tag. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Na dann, Doran, hilf uns mal auf die Sprünge. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Bildern erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Hm. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde, die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Und die Schnatzer? Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Na gut, wo soll es denn hingehen? Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Hm, sehe ich auch so. Lass mal kurz auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Nirgends. Ja, nee, ist klar. Ah, viel. Nein. Was? Lumos. Äh. Danke. Hat ein bisschen Nachdenkpause gebraucht, aber... So, dann lass noch mal gucken. Wir müssen wieder ganz in den Süden, oder? Ja, nicht ganz, okay. Trifft dich südwestlich? Okay, dann wollen wir mal die Schnellreise nutzen. Genau. Ab mit uns. Das wäre doch gelacht. Und... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte viel mehr das. Böse. Hier wollte ich mich mit Poppy treffen, sobald wir gewartet haben. Einfach unglaublich. Poppy. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Okay, doch. Kannst du das fassen? Dann, ab mit uns. Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg? Habe ich nicht gesagt. Hier kommen wir später hin. Ich grüße euch. Ja. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Nö, den haben wir vergessen. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Luft. Luft. Okay. Wir haben einmal diesen, einmal die Schnuppe. Ja, jetzt war es okay. Okay. Und einmal der Schlüssel. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Bist du eingerastert? Ich hoffe. Und du kommst. Äh, hallo. Danke. Jetzt hab ich's geschnallt. Okay. Ähm, das heißt, du kommst zu mir. Und für dich, du kommst zu mir. Nein, das war der falsche Griff. Dankeschön. Komm zu mir. Komm zu mir. Ach nee, was du nicht sagst. Einmal der Schnuppstern. Einmal der Schlüssel. Paket rum. Muss ich die... Oder muss ich beide? Komm mal her zu mir. Danke. Und das musst du mal auf den Schlüssel. Der war hier, oder? So rum. Hier rum, la rum. Ja, ist schon gut. Wir haben den Schlüssel. Und wir haben die Schneeflocke. Ach, warte mal. Hab ich einen Schlüssel mit Punkt, oder? Ah, ich hab den falschen Schlüssel. Ah, meine, 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 meine. Äh, hierhin. Du kommst. Hier rüber. Komm zu mir. Komm zu mir. Danke. Kaum macht man's richtig. Ich bin Lumos. Lumos. Und jetzt muss ich euch verlassen. Für mich geht. Vorerst. Jedenfalls. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Elek. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Okay. Tschüss. Reveglio. Okay. Ah. Okidok. Da hätte ich mir das Reveglio sparen können. Aber was soll's. Reveglio. Nochmal das Ganze. Lumos. Kommst du mit Pöppchen? Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Reveglio. Wie kommst du darauf? Die Wilderer-Lager füllen sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wilderer-Lager. Möhm. Ah. Ach ja. Hier sind sie. Dachte ich mir doch, das hört sich nach Horcrum an. Komm Pringo! Nö. Ok. Hätte ja sein können, oder? Äh. Danke. Ähm, haben wir... Ja. Haben wir... Sehr schön. Da ist sie, die hübsche... Danke. Und tschüss. Achtung, tiefhängender Ast. Cool. Ja, fast. Huch! Das wäre Licht. Oh, wen haben wir denn da vorne? Keine Teufelschlinge. Ja. Oh, hier muss es extrem cool gewesen sein. Wer auch immer das hier erbaut hat, mochte Bücher. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wär was für deine Oma. Und die Oma. Ich kann's kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Das denke ich mir. Ähm. Ich wollte jetzt noch mal kurz zurück Richtung Eingang. Zum einen deshalb. Zum einen deshalb. Zum anderen wollte ich mich hier noch umsehen. Siehste. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Wieder einfach nur genial designt. Ich liebe diese Welt. Also wenn du mir die Wahl liest, eine Million Euro oder hier zu leben. Hau ab mit deinem Geld. Gehen wir mal mit. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Glatius. Ähm. Dann wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Wow. Lauter kleine Nistboxen für kleine Tiere. Okay. Okay. Wir brauchen sogar zwei. Einer ist da hinten. Einer ist da oben. Komm zu Papa. Ja. Geh. Mädchen, könntest du aus dem Weg gehen? Ähm. Ähm. Müsst mal mit. Na, 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 na. Bitte, Poppy. Geh nur ein bisschen aus dem Weg, okay? Reicht das? Oder? Ne, das müsste reichen. Perfektestens. Blubb, blubb, blubb. So. Wir brauchen einmal. Wir brauchen einmal. Wirklich. Einmal Feuer. Und einmal Eis. Wow. 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 Wie clever. Gleich drei Türen. Sieh dir das an. Reveilion. Die Dame ohne Gesicht. Ich bin ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ich bin ein bisschen.